Und in diesem kleinen Tutorial zeige ich dir einen prinzipiellen Aufbau von mir, wie ich es am liebsten mache und warum ich das so mache und gebe dir ein paar Tipps. Bevor wir beginnen, habe ich natürlich erst einmal die Pause gedrückt. Danach gehe ich immer erstmal hier unter Berichte, Einlieferung und schließe erstmal das Gefängnis, dass kein Gefangener eingeliefert wird, denn ich habe ja noch gar kein Gefängnis, in das sie eingeliefert werden können. Danach gehe ich hier unten ins Fundament und schalte erstmal die automatische Beleuchtungsplatzierung aus. Die Beleuchtungsplatzierung platziert Lichter in deinem Gefängnis, besser gesagt in deinen Fundamenten später. Manchmal werden die aber sehr sinnlos platziert und sieht auch nicht nett aus, deswegen mache ich das gerne selber. Nachdem wir das dann alles ausgeschaltet haben, beginne ich erstmal hier den Müllraum neu zu setzen. Wir unter Räume geben hier den Müllraum erstmal in die Hand sozusagen, dann machen wir hier mit Rechtsklick halten, machen wir erstmal diesen Müllraum hier, entfernen wir und setzen ihn neu. Ich lasse da immer gerne drei Kästchen frei und setze hier einen einfachen 5 auf 5 von mir aus in den Müllraum. Der muss wirklich nicht groß sein, weil da wird nur wirklich nur der Müll abgelagert. Als nächstes nehme ich den Lieferungsraum, denn ich möchte nicht, dass die das Zeug auf dem Gehweg abstellen. Das sieht ja ein bisschen doof aus. Dann setze ich hier einen neuen Lieferungsraum. Den Lieferungsraum mache ich allerdings ein bisschen größer. Jetzt einfach mal ganz gnadenlos auf, ja, machen wir so 10 auf 10, dass hier erstmal jede Menge Material angeliefert werden kann. Was dann noch kommt, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist hier unter Räume, dann den Exportraum anzulegen. Wo haben wir den Exportraum? Wir haben hier den Lagerraum, der kommt später noch dazu. Hier haben wir einen Exportraum. Den Exportraum, den setze ich gerne auf die andere Seite. Ich werde euch dann nachher auch erklären, warum. Aber den setze ich dann erst einmal so hin. Von mir aus auch ganz an den Rand, brauchen wir nicht. Wir setzen ihn einfach mal so. Da kommen dann solche Sachen wie Baumstämme und Sachen, die ihr produziert hin. Und die werden dann von den LKWs eingeladen, wegtransportiert und dafür bekommt ihr dann später Geld. Der nächste Schritt ist dann erst einmal, das ganze Gefängnis zu sichern. Also, dass hier wirklich, wenn die Gefangenen hier reinkommen, der ganze Bereich hier erstmal gesichert ist, dass die nicht mehr abhauen können. Dazu baue ich einen Zaun um das gesamte Gefängnis. Und zwar keine Mauer, keine Riesenmauer oder sonst was. Also hier, was haben wir hier? Hier haben wir wahnsinnig viele Mauern. Hier eine Umfassungsmauer zum Beispiel. Die brauche ich am Anfang nicht. Vor allem kostet die wahnsinnig viel Geld. Also 200 Dollar für so eine, für ein Stück Umfassungsmauer. Und bringen tut es sehr, sehr wenig. Am effektivsten sind hier die Zäune. Die nehme ich natürlich mit Gras. Ich will ja, dass es ein bisschen nett aussieht. Wie ihr seht, das kostet 3 Dollar der Quadratmeter. Also ein Zaunteil. Und die nehme ich dann und setze sie hier an. Jetzt habe ich hier natürlich Rot. Hier kann ich nichts ansetzen. Dann lasse ich immer gern eins übrig. Gehe dann hier noch mal hoch. Lasse hier auch noch eins übrig. Und dann fahre ich erstmal um das komplette Gefängnis. Nein, mache ich nicht. Ich gehe jetzt hier. Gehe hier bis an den Rand und gehe noch mal eins zurück. Dann habe ich hier auch noch mal eine Linie. Dann können meine Arbeiter hier auch rumlaufen. Und vielleicht noch was anbauen. Dann gehe ich hier noch mal hoch. Mach das hier. Mach hier dasselbe. Also einmal hoch, einmal runter. Und setze hier einen Zaun. Und dann natürlich das Ganze hier hin auch. Eins zurück. Und zack. Jetzt habe ich hier nämlich die Möglichkeit. Hier habe ich dann zwei Abstand immer. Hier habe ich den Gehweg. Hier habe ich noch vielleicht eine Grünfläche später. Oder vielleicht auch lichter, wenn ich die nicht direkt auf dem Gehweg haben will. Dann ziehe ich den Zaun erstmal bis hierher zum Lieferungsraum. Ziehe einmal um den Lieferungsraum herum. Bis hierher zum Beispiel. Und bei dem Müllraum auch. Wir haben jetzt hier ja drei Felder freigelassen. Wir können das entweder, dass es netter aussieht, hier anlegen. Dass wir hier vielleicht noch irgendwas hin machen. Oder wir machen das einfach, wenn wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Also hier den Zaun hin und hier hinunter. Und dann ganz runter bis zum Anschlag. So haben wir erstmal den ersten Zaun gesetzt. Der uns erstmal, der die Gefangenen erstmal daran hindert, überhaupt auszubrechen. Danach kommt ein zweiter Zaun. Der zweite Zaun muss einen Abstand haben. Und zwar ist es so, dass hier Schmuggelware reingeschmissen werden kann in dieses Feld. Und das wollen wir natürlich verhindern. Man weiß gar nicht, ob sie sich da inzwischen einig sind. Oder ob wir da uns inzwischen einig sind. Dass das Ding 15 Felder oder 12 Felder geschmissen werden kann. Da wir jetzt aber hier ein großes Gefängnis haben, machen wir jetzt einfach 15 Felder. Also wir gehen hier her, zum Beispiel. Das machen wir jetzt nicht mit dem Zaun. Wir messen das jetzt ab mit dem Planungstool. Dann nehmen wir jetzt einfach hier so ein Wandplanungstool. Ah, das ist ein bisschen blöd. Da sehen wir jetzt nicht, ähm, da sehen wir jetzt den Zaun nicht. Na ja, das ist, solange der nicht gebaut ist, ist das doof. Also nehmen wir halt doch den Zaun. Da müssen wir halt ungefähr abschätzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder machen wir, äh, so sehen wir das dann. Hm, 15 Felder sollten wir sozusagen einfach zwischen Raum lassen. Und dann setzen wir hier oben, das können wir dann wieder weg machen, hier oben den ersten Zaun. Das gleiche machen wir von hier jetzt aus. Nehmen wir auch wieder 15 hinein. Ja, jetzt sind wir hier genau bei 15. Dann machen wir hier den Zaun mal hin. Setzen hier einen Zaun und löschen diesen Zaun. So, jetzt haben wir hier 15 Abstand. Und hier runter 15 Abstand. Dann nehmen wir das Ganze erst einmal und ziehen das nicht. Doch, wir ziehen es hier rüber. Dann können wir hier schauen, wie lang das ist. 168. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Dann sind wir auf, äh, bei 160 haben wir den 8 Abstand. Dann machen wir hier nochmal 5 und nochmal 2. Und dann müssen wir hier eigentlich 15 Abstand haben. Haben wir auch sauber. Dann machen wir das gleiche nach oben hinaus. Oh, das war jetzt. Also links klick halten. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Links klick halten. So können wir hier hin und her fahren, wie wir möchten. Müssen leider ein bisschen rauszoomen. Sonst sehen wir die Maßangabe nicht. Haben hier jetzt 138. Gehen zum Beispiel jetzt auf 30. Dann haben wir 8. Dann gehen wir nochmal runter auf 5. Dann haben wir 13. Dann gehen wir nochmal 2 runter. Und so haben wir hier auf 15 Abstand. Wir können das auch nochmal kontrollieren hier. Mal hinbauen und wieder abbauen. Und das Ganze machen wir dann auch in diese Richtung. So, jetzt hat es ein bisschen gedauert. Deswegen habe ich auch ein bisschen schneller laufen lassen. Ähm, genau. Jetzt haben wir hier auch 15 Abstand. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich jetzt so einen Zaun nehme und diesen hier runterziehe und den jetzt zum Beispiel bis hierher setze und denn nur diesen Zaun hier nehme, also hier ein Stück rausnehmen will, geht das nicht. Also ich kann hier nicht, ich kann hier leider nicht, jetzt proviere ich das gerade nochmal aus, nicht ein Stück vom Zaun wegnehmen und sagen, ah nee, das ist jetzt zu viel. Sondern wenn ich das jetzt weg mache, egal wo ich es mache und Rechtsklick drauf mache, dann ist der gesamte Zaun weg. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ansonsten den Zaun dann auch bis hier hinsetzen, dass wir hier den Eingangsbereich wieder haben. Jetzt haben wir hier aber bloß einen Zweier. Sehe ich gerade. Und da habe ich hier den Zaun ein bisschen zu weit gesetzt. Macht aber nichts. Wir machen das erstmal so. Dann haben wir hier nämlich noch ordentlich Platz. Da können wir auch noch was anderes reinbauen. Wir müssen da sowieso noch was reinbasteln. So, jetzt haben wir hier auch noch 15 Abstand. Das passt sogar ganz genau hier. Das sieht ja dann super aus. So, jetzt können die zwei von hier eigentlich Dinge reinschmeißen. Das wissen wir aber doch dann auch zu verhindern. Jetzt habe ich hier einen Zaun zu viel. Ein Stück Zaun. Diesen kann ich hier abreißen. Und zwar bei Fundament. Hier mit Wände abreißen zum Beispiel. Planieren ist auch möglich. Wir reißen jetzt aber hier diese eine Wand ab. Wir nehmen dieses Tool. Wir machen hier einmal linksklick drauf. Und dann wird dieses Zaunstück hier wieder entfernt. Warum ich jetzt hier normalerweise gern noch auch einen Abstand halte, ist recht simpel. Denn ich möchte normalerweise hier einfach komplett zumachen. Und zwar, dass die LKWs hier hineinfahren. Abladen und dann auch wieder wegfahren. Und das durch ein Tor. So können die Gefangenen hier auch nicht einfach durch und dann wegrennen. Sondern müssen nochmal ein Tor passieren. Wir gehen natürlich hier unter Wände und Türen. Gehen hier unter Türen. Und nehmen uns das Straßentor. Die Straßensperre, eine robuste Straßensperre, die sogar schnell fahrende LKWs aufhält, schließt sich nur, wenn das Gelände abgeriegelt ist. Ist in dem Fall relativ unsinnig. Denn das sieht jetzt zwar schön aus. Aber es wird nur, wenn das Gefängnis geschlossen wird, hochgefahren. Und sonst ist es immer offen. Das heißt, da kann ich trotzdem einfach durchlaufen. Und da passiert gar nichts. Also nehmen wir das Straßentor. Ich möchte ja auch die Gefangenen aufhalten. Und die LKWs dürfen dann nur reinfahren, wenn das Tor hier geöffnet wird. Deswegen setze ich hier jetzt mal zwei Tore. Und setze dahinter dann auch wieder einen Zaun. Also ich setze hier jetzt noch einen Zaun an. Fahre hier mit dem Zaun hinauf. Fahre hier auch hinunter. Und mache hier erstmal komplett zu. So, um das jetzt hier ein bisschen schöner erst einmal zu machen, können wir hier auch diesen Zaun. Das sieht ein bisschen albern aus. Können wir hier den Zaun auch so setzen. So, und hier wieder unter Fundament Wände abreißen. Das hier erstmal abreißen. Dass das ein bisschen netter aussieht. So, was brauchen wir als allererstes in so einem Gefängnis? Natürlich einen Eingang. Und den Eingang haben wir ja eigentlich hier. Wir bauen aber eine Rezeption. Die Rezeption ist dazu da. Wir können mal hier unter schnelles Bauen schauen, ob wir hier eine Rezeption haben. Einzelzelle, Büros, okay. Gemeinschaftszelle, Kantine, Dusche, Badezimmer. Ja, sieht gar nicht mal so gut aus. Besuch, Teich, Blödsinn, okay. Hier gibt es nicht mal eine Rezeption. Doch hier ganz unten. Hier ganz unten haben wir die Rezeption. Die nehmen wir jetzt einfach im Schnellbauverfahren. Hier kann man dann noch auswählen, ob es eine Betonwand haben soll, eine Ziegelwand, eine Gitterwand, eine weiße Wand und so weiter, gefließte Wand. Da kann man also die Wände, die man hier vorne hat, also diese hier alle, kann man hier auswählen. Was für eine Wand das haben soll. Wir bauen jetzt aber gleich Beton, würde ich sagen. Also wir machen nochmal schnelles Bauen. Nehmen die Rezeption. So ist richtig. Die Betonwand, das ist auch korrekt. Da sieht man auch immer ein kleines Vorschaubild ganz rechts an der Betonwand. Wir gucken auch mal hier bei der Ziegelwand. Da sieht man das auch. Wir wollen aber eine Betonwand haben. Die ist richtig hässlich. Und genau das Richtige für unsere Gefangenen. Wir können das aber jetzt hier ansetzen oder hier ansetzen. Das ist in dem Fall egal. Da ich da jetzt einen Zaun gebaut habe, wird es später dann so sein, dass das wahrscheinlich zum Zaun wird. Das werden wir aber dann nachher einfach nachbessern müssen. So, jetzt haben wir hier so einen Dreieingang. Jetzt haben wir hier schon wieder. Ah, das ist ein Zweier. Genau, einen Zweieingang. Einen Dreieingang gibt es nicht. Es gibt nur einen Zweieingang. Den können wir jetzt erstmal hier hinsetzen. Das heißt, alle Gefangenen kommen hier rein. Und wenn die hier drin sind, werden die weitergeleitet ins Gefängnis. Ihr könnt das natürlich auch hier hinsetzen, wenn ihr das möchtet. Oder hier oben hinsetzen. Ist völlig egal. Hauptsache, die kommen nachher rein in das Gefängnis. Also setzen wir jetzt einfach mal hier das Ganze hin. Und so haben wir schon mal unsere Rezeption im Bau. Die Rezeption hat jetzt hier eine große Gefängnistür und hier eine große Gefängnistür. Und da sind ja dann nachher auch später die Wachen drin. Und hier werden die Kleider ausgeteilt, die ersten. Und die Leute erst einmal untersucht, die dann ankommen. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen schicker zu machen. Nehme ich jetzt doch nochmal hier die Zaunwand. Da sind wir nämlich hier im Anschluss. Hier nicht. Also machen wir hier einen reinen Zweierweg erst einmal, dass das wenigstens nachher aussieht, würde ich sagen. Das sind wir ja schon am Abbauen hier. Das ist in Ordnung. Und dann nehmen wir hier unter Boden, nicht unter Wände, sondern unter Boden, unsere Gehwegplatten. Jetzt haben wir hier verschiedene Platten und verschiedene Wege. Da sieht man dann immer, wenn man hier drüber fährt, Gehgeschwindigkeit. Also hier Betonplatten schnell, Gehgeschwindigkeit normal, nur im Außenbereich einsetzbar. Das hier ist überall einsetzbar. Und dort kann man dann sehen, wo kann ich die überhaupt einsetzen. Und was für eine Gehgeschwindigkeit hat. Das natürlich möchte ich hier einfach eine schnelle Gehgeschwindigkeit haben. Und deswegen werde ich hier jetzt einfach mal Umblatten setzen. Denn diese Gehwegplatten, die sehen relativ festlich aus. Da braucht man einen breiteren Weg. Das werde ich dann aber auch noch später zeigen. So, der weitere Vorteil ist, wenn wir das jetzt alles hier so gebaut haben und es kommen keine Gefangenen und es passiert einfach nichts. Und ich drücke jetzt hier einfach mal auf schnell. Der Vorteil ist, dass ich kein Geld verliere. Also hier der tägliche Cashflow ist relativ wichtig. Da kann man immer sehen, okay, wie sieht es aus? Kriege ich überhaupt Geld am Ende des Tages oder nicht? Hier haben wir jetzt einen Cashflow von 840. Das ist dann mit allen Ausgaben und allen Einnahmen. Und dann sehe ich, okay, es steigert sich. Das bedeutet, ich kann hier erstmal ganz in Ruhe eigentlich ein Gefängnis aufbauen, so wie ich das möchte. Und den Cashflow beobachten. Und das wird ja erst nachher weniger, wenn ich dann wirklich jemand einstelle. Also wenn ich den Direktor einstelle, wenn ich Wachen einstelle, wenn ich Köche einstelle und so weiter und so fort. Bis dahin kann ich aber das so aufbauen, wie ich möchte. Zum Beispiel in diesem Fall hier. Jetzt einfach mal hier die Betonplatte. Na, jetzt bin ich wieder da. Boden. Die Betonplatte. Hier eine Betonplatte reinsetzen, weil wir gerade den Zaun hier entfernt haben. Jetzt seht ihr auch hier, wie die Straßentore erst einmal funktionieren. Da jetzt noch kein Gefangener drin ist, bleiben alle Türen offen stehen. Ja, also das ist nur offen, weil jetzt kein Gefangener drin ist. Das wird hier bei den großen Gefängnistüren dann auch so sein. Die schließen sich dann später automatisch. Was wir hier jetzt noch machen können ist, weil hier später vielleicht Gefangene durchlaufen müssen, also zum anderen Teil des Gefängnisses, werden wir jetzt direkt mal Türen setzen. Besser gesagt erst mal hier Zäune, um zum Beispiel hier den Weg zuzumachen und hier den Weg zuzumachen, dass hier keiner reinkommt. Das soll nämlich unser Personalbereich später werden. Das bedeutet, ich mache jetzt hier zwei Zaun, hier ein Zaun hingesetzt und dann setze ich da einfach Türen ein. Bei den Türen ist es so, es gibt diese Standard-Zauntüren. Ein Tor, das sich hervorragend mit den Zäunen macht und genau wie eine Tür funktioniert. Das bedeutet aber, da kann jeder durchlaufen, wie er möchte. Die Personaltür, dort kann wirklich nur Personal rein und raus gehen. Da bringt es auch nichts, wenn ein Gefangener davor steht. Der wird da einfach nicht reingelassen. Besser gesagt, er wird schon reingelassen, aber das werde ich auch im späteren Verlauf nochmal zeigen, wenn es dann um die erhöhte Sicherheit geht. Dann gibt es noch die Besucherzauntür. Da werden normalerweise nur Besucher reingelassen. Dann gab es die Zauntür für eine Wache, für Wachen. Die können nur von Wachen geöffnet werden. Das bedeutet, diese Tür kann vom gesamten Personal geöffnet werden, diese Tür nur von Wachen. Macht aber keinen Sinn, weil ich will ja, dass all mein Personal hin und her kann. Ich will ja nur nicht, dass da Wachen reingehen später. Von dem her lasse ich die Personaltür da drin. So habe ich jetzt erstmal einen kleinen abgeschlossenen Bereich und zwar hier einmal und einmal hier. Später, wenn dann der Zaun hier fertig ist. Und dann werden wir uns, wenn das alles fertig ist und auch die Rezeption fertig ist, werden wir hier dann weitermachen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Tutorial. Wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Ich werde sie dann versuchen, vielleicht sogar beim nächsten Video zu beantworten. Ansonsten beantworte ich sie in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.